Wie viel ergibt 2 mal 3? Gut gemacht! Multipliziere 4 und 5. Richtig! Berechne 3 mal 7. Genau! Was ist das Ergebnis von 6 mal 2? Das stimmt! Multipliziere 5 und 4. Sehr gut! Wie viel ergibt 8 mal 1? Perfekt! Berechne 9 mal 3. Exzellent! Was ist das Ergebnis von 7 mal 4? Super! Multipliziere 2 und 6. Richtig! Wie viel ergibt 4 mal 9? Das stimmt! Berechne 5 mal 2. Gut gemacht! Was ist das Ergebnis von 3 mal 8? Genau! Multipliziere 6 und 7. Richtig! Wie viel ergibt 1 mal 5? Gut gemacht! Berechne 9 mal 2. 7 mal 3. Das stimmt! Was ist das Ergebnis von 7 mal 3? Exzellent! Multipliziere 4 und 6. Super! Wie viel ergibt 8 mal 5? Perfekt! Berechne 3 mal 9. 2 mal 4. Das stimmt! Was ist das Ergebnis von 2 mal 4? Gut gemacht! Gut gemacht! Gut gemacht! Yea milligram! den